Ja, hi Leute, hier ist euer Mova-Bärchen, ich grüße euch ganz herzlich. Wir sind in einer neuen Folge RoboCraft und ich wollte ja hier an die Spitze des Throns, jetzt ist schon wieder der Ventulas nach oben gerutscht und Himmelstor, komischerweise. Okay, da hätte ich mal gesagt, werden wir natürlich unser Bestes jetzt geben, um das jetzt zu ändern. Wir werden jetzt extrem vorsichtig spielen, dafür mit, wenn möglich, sehr, sehr vielen Kills. Ich weiß auch leider nicht, wie die Punkte sich zusammenrechnen, dass man gewinnt, äh, dass man gewinnt, welche Punkte man eben bekommt. Und, ähm, der Ventulas muss auch gerade online sein. Ich grüße dich erstmal, Ventulas, falls du das siehst, der wird wahrscheinlich hier gerade am Streamen sein. Komm schon! Komm schon! Sind wir noch im Ranked? Ich weiß es nicht. Ich werde allerdings mein Bestes geben, wir haben Medics dabei, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wenig SMGs, hauptsächlich Plasmas, das ist Wunderbärchen. Okay, wir gehen in welche Richtung? Ich habe natürlich wieder keinen Radar, ich wollte einen Radar noch drauf bauen. Hier haben wir Plasma, fahren wir in die Richtung, Mates. Warum suche ich mir, ups, warum suche ich mir immer die Fal... Hier schon wieder dieses Geräusch? Ach, das sind die Rails, die sich aufladen. Ja, ihr dürft mir jetzt nicht böse sein, falls ihr die Folge jetzt gestern schon gesehen habt. Denn, ich nehme gerade am Stück auf. Und das sind die Rails, die sich aufladen. Das hört sich ja an wie ein Jet bei Vollabfahrt nach vorne. Hier ist die Rail. Moffat auch Rails drauf, gleich 5 Stück. 10, 9. Okay. Und... Wupp! Komm schon! Oh, hier ist die Rail, der hat mich noch nicht gespottet, ich habe ihn nicht gespottet, aber... Zip! Okay, der hat mich schon gefressen. Sehr schön. Oh, wir haben auch einen Gegner. Ich habe jetzt hier gerade die schwache Seite. Zip! Oh, ich habe nicht gehittet. Oh mein Graf. Hier haben wir schon wieder eine Rail. Er muss hier sein, irgendwo. Okay, das wird jetzt hardcore, denn hier muss irgendwo ein riesen Plasma-Panzer stehen. Ich weiß allerdings nicht, wo. Hier ist was. Komm schon! Ich kann nicht so weit drunter schießen, Leiter. Ich müsste mich ein bisschen... Nein, komm schon! Oh, yes! Das hat gehittet auf jeden Fall. Hier unten haben wir noch was. Den hole ich mir jetzt. Oh, den konnte ich nicht... Komm schon! Nein, 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 nein! Oh! Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Da ist eine Rail. Da ist sie. Okay, der hat nur noch ein paar HP. Der kann nicht mehr viel haben. Allerdings haben wir hier zwei Rail... Oh! Komm schon! Mofa gegen zwei Rails. Komm schon! Oh mein Gott! Hier wird geheilt. Das müssen wir natürlich unterbinden. Er hat nur noch eine Rail und er schiebt, bitte. Schiezen wir! Komm schon! Komm schon! Ich habe nicht getroffen. Oh mein Gott! Komm schon! Okay, jetzt ist der Medic dran. Yes! Okay, hier haben wir was. Meine Mates sollten mir ein bisschen helfen hier gerade. Hier haben wir einen Plasma mit Voll-HP. Ich habe natürlich total Low-HP. Das war aber schon ein ordentlicher Hit hier. Oh nein! Okay, da ist der nächste down. Okay, Leute. Ich muss mich hier ein bisschen verstecken. Das wird jetzt echt mega schwer, bis ich den 100 HP-Typen hier down bekomme. Okay, das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Und Abfahrt! Wow! Huhu! Oh oh! Er kommt natürlich nach. Hoffentlich verpack ich mich irgendwo. Nicht hier runterkommen. Hier unten, es gibt gar nichts zu sehen. Nein! Lass mich in Ruhe! Mates, kommt schon! Rettet mich! Mates! Nein! Oh oh oh! Huhu! Bitte lass mich leben! Ich will auch nur leben! Yes! Oh mein Gott, war das eng! Okay, ich brauche einen Magic. Ich habe ihn extra noch gespottet, in der Hoffnung, dass wir hier günstig rauskommen. Oh, aber mein Mate, jetzt muss ich ihn... Der kommt hier schon fast... Wie heißt er denn? Robo... Robo wie? Robo... Der kommt hier schon fast in die Hall of Fame. Für mich jetzt zumindest. Oh, jetzt stecke ich hier auch noch unterm Stein fest. Ach ne, ich kann bloß nicht lenken. Oh nein, wir werden noch verlieren. Ach, wir sind nur noch... Also, es bin nur noch ich, der Robotyp hier. Ähm... Okay, ich werde auf jeden Fall sterben. Okay, ja, das war es auf jeden Fall für mich. Ich hätte jetzt gesagt, ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal selbst destructen. Bevor hier... Oh, er wird es sogar noch schaffen. Ne, er kommt nicht mehr hoch. Ne, wir werden auf jeden Fall verlieren. Es war aber ein geiles Röntgen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber wir sind im Rank-Battle. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir so einfach aus dem Match liefen sollten. Ne, ich glaube, es wird nichts bringen. Ich werde einfach mal destroyen und werde einfach mal zum... zu meinem Mutterschiff zurückgehen. Okay, wir haben zwei Kills. In Protection. Ich weiß immer noch nicht, was das Ganze... Blödsinn... Nein, wir sind abgerutscht! Das ist natürlich jetzt Kacke. Rufon! 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 Rufon 1! Jetzt bin ich natürlich anstatt nach oben... bin ich jetzt nach unten gerutscht. Okay. Ich schaue jetzt, ob ich mir ein Radar auf die Schnelle hinschustern kann. Äh, hier müssen wir. Okay, wir haben nicht mal ein Radar. Was ist das Tier 5? Da kaufen wir uns halt eines. Gehen in unser Inventory und holen uns das Tier 5 und bauen das hier einfach drauf. Wupp! Sehr schön. Okay, dann hätte ich jetzt gesagt, gehen wir nochmal in ein Battle eben. Deine Bäume zuerst. Also was hier... Alle Flieger und Snipers zuerst killen, bitte. Wohl ein wahres Wort, aber man kann es nie einschätzen. Also, ich sage auch immer, zuerst auf die Rails, aber das Problem ist dann immer, ey, man sieht sie eben nicht. Die sehen einen vorher, bevor man sie sieht, sehen sie... Ihr wisst, was ich meine. Oh, Minecraft! Ich muss hier gerade was suchen. Meine Brille! Die ist weg! Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo sie... Nein, die liegt hier drüben! Was macht die denn hier drüben? Okay, hier gehe ich jetzt erstmal... Sie haben immer den Topspawn und geben ihn immer auf. Das verstehe ich immer nicht. Das sind echt die Rails. Jetzt macht gleich... Wobei mir vorher das Bastellastige schon ein bisschen besser gefallen hat, muss ich sagen. Komm, Rayleigh! Gib Gummi! Wobei das hier unten vielleicht gar nicht so schlecht ist, glaube ich. Da ist es halt ein bisschen überdacht, aber da wird wahrscheinlich eine ganze Menge kommen. Oh, da hat er schon ausgeteilt. Okay, mal weg hier. Lass mal einen Profi ran. Komm raus! Komm raus! Komm raus! Okay, komm schon! Wow! Wow, es sind hier viele Rails. Dann lassen wir doch einfach mal hinter. Irgendwas werden wir schon treffen, oder auch nicht. Komm schon! Ey, wo werde ich... Von wo werde ich denn gehittet, bitte? Oh, da hat er gefressen, die Rail. Ey, ey, ey. Ich will hier nicht wieder runterfallen. Soll ich ein bisschen... Oh, da hinten war einer. Komm schon! Okay, ich helfe hier meinem Plasma-Typen. Der hat hier nicht mehr so viel anscheinend. Oh, hier haben wir eine Rail. Man zieht sie halt wieder nicht. Wupp! Das war doch ein Hit. Oh, 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 oh! Warum sagst du nichts, mate? Mate! Okay, ich muss weg. Ich muss weg. Oh, shit! Okay. Hätte ja was werden können. Ich habe noch gesehen, dass einer rumgefahren ist. Allerdings, dass so viele gleich da... hier rankommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt alle von... von der linken Seite gesehen. Aber keine Action. Dafür sind wir ja Gamer. Thumbs up. Okay. Ähm. Okay. Ich hätte jetzt sogar noch ein bisschen CPU-Flop frei. Es reicht allerdings weder für noch mein restliches Schild, das mir hier fehlt, auf der Seite, oder für noch eine Plasma. Und ich glaube, das wäre sogar wahrscheinlich ein bisschen unsinnig. Würden wir jetzt noch eine Plasma dafür kaufen? Denn wir sind ja bald sowieso Tier 9. Hier, die Schilder haben wir schon. Kann ich hier irgendwas freischalten? Tier 8, äh, mäßiges. Die Frontmount SMG. Da reicht es noch nicht. Für die Blades auch nicht. Hier haben wir alles T9. Hier haben wir T8-Trusters. Ich glaube, ich hatte noch nie mein... Oh, so viel haben wir nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so T8 oder T9-Trusters. Äh, Helium-Blöcke. Ja gut, früher oder später will ich eh alles freischalten von dem her. Dann fehlen uns immer noch eine ganze Menge T5-Geräte. Die Beinchen und die Rädchen. Okay, nee, ich hätte jetzt mal gesagt, wie... Oder können wir uns noch was kaufen? Nee, okay, das war's auf jeden Fall. Okay, dann hätte ich jetzt mal gesagt, gehen wir jetzt nochmal in ein kleines Battle. Boss-Battle können wir leider nicht mehr. Ach, man kann wieder BB machen. Äh, man kann schon eigentlich seitdem ich denke BB machen. Ihr seid jetzt mal hier eine Störung vom Surfer oder irgendwie sowas. Aber habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und Leute, erinnert mich bitte daran, in der nächsten Runde, dass ich meinen Username ändere. Also mein Ding, mein hier, mein Status. Was haben wir hier? Rail, Rail, Plasma, 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 Medic. Ja gut, jetzt muss man natürlich die Wege komplett neu abdecken, weil ich denke mal, die werden hier hinten stehen mit den Rails. Sie könnten hier oben stehen mit den Rails. Hier links ist wahrscheinlich ja mehr enges Gebiet. Das heißt, da sind Rails eigentlich relativ sinnlos. Also würde ich jetzt zumindest so sehen. Das wäre so eher für Plasmas und SMGs. Da haben wir doch schon was. Ich brauche tatsächlich wieder einen Jammer. Wenn dieses rote Ausrufezeichen weg ist, bin ich dann nicht mehr auf dem Radar zu sehen? Oder bin ich non-stop zu sehen? Hier haben wir was, eine Rail? Wo sind denn die ganzen Leute? Hier haben wir was. Ein Plasma-Typen. Der schon halb defekt ist. Gebt man die unseren Jet-Car oder wollen wir einfach total mies sein und den einfach wegnetzen? Nee, wenn der schon schießt und keiner kümmert sich drum, dann kümmert sich Mofa drum. Und... Oh! Oh! Warum? Er geht nicht kaputt. Was ist hier los? Komm her! Okay, ich kriege ihn echt nicht. Okay, da soll sich SMG drum kümmern. Wow! Was war jetzt das? Keiner will den kleinen Fliegegeist hier haben. Okay, das ist er down. Immer schön als Schutzschild dienen im Schattenwind... Windschatten... Windschatten... Äh, fahre... Oh! Okay, hier wird er ordentlich zer... Äh, der wird jetzt zerlegt ohne Ende. Oh! Aber nicht von mir. Okay, das ist auf jeden Fall down. Die Capture bei uns, dann sollten wir jetzt anfangen vielleicht mal hier zu Capture. Ich bin zu langsam. Ich werde den Weg auf jeden Fall zurück nicht schaffen. Jetzt muss natürlich irgendjemand... Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier oben irgendwo eine Rails sich verstecken könnte. Sehr schön. Okay, da sind wir schon wieder am Führen. Ein Schuss hat schon gereicht. Oh! Natürlich sehe ich mich jetzt hier mal. Nicht, dass hier noch ein Schuss vorbeistwraved. Finde ich natürlich immer geil solche Dinger. Wenn es so ganz eng ist. Bei mir ist aber relativ frei. Der Gegner hier hat nur noch 0 HP. Wie auch immer das funktionieren kann. Oh, ihr probiert. Der Medic, denke ich mal, ihn ab und hoch zu heilen. Ah! 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 Okay, da... Wow! Hat der uns so weit runter genutzt? Okay, er muss aber allerdings aufladen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das ist nicht so schlimm. Aber das wird mein Mate hier gar machen. Der soll ruhig zerschießen. Das war jetzt natürlich ein totales Fail, was die Railiz hier gemacht hat. Es sei denn, er hat jetzt hier noch glücklicherweise einen Schuss übrig. Oh, mein Kraft! Da hat er gefressen. Und wieder... Oh, das ist... Eine Bestätigung ist das hier. Sehr schön. Haben wir doch auf jeden Fall gewonnen. Auch wenn er mir meinen halben Vorderbau weggeschossen hat. Aber wir können hier noch wunderbar manövrieren durch die T8-Ketten. Sehr schön. Okay, wunderbar. Hat das Mofa schön gemacht. Und es wird auch ordentlich Punkte geben. Ich habe zwar wenig geschossen. Allerdings haben wir sehr viele... Rank Battles. Oh, mein Gott. Ganz egal. Alles jetzt. Hier noch schnell rein. Komm schon! Yes! Okay, jetzt muss es diesmal etwas besser werden. Wir haben diesmal nur zwei Rails. Und viele Medics. Und Medics sind für mich ja so... Oder Medics sind allgemein so... Ja... Ich sage jetzt nicht Nubis. Aber sie sind halt... Ja, schwache im Austeilen. Sagen wir so. Wenn ich den Medic baue, dann muss er immer mega gepanzert sein. Sonst hat man hier keine Chance. Das heißt, ich war schon so oft als Medic ganz alleine nur noch übrig. Denn der Medic behält sich ja natürlich immer ein bisschen weiter hinten. Oder immer ein bisschen bedeckt. Und... Dann kann es schon mal sein, dass ihr dann der Letzte auf der Mech seid. Und wenn dann das... Oder wenn... Das dann vorkommen sollte... Dann habt ihr natürlich keine Chance gegen SMG, eine Plasma oder irgendwas anderes. Also die werden euch auf jeden Fall zerbersten. Hier, aber was? Ich konnte Spot... Konnte nicht Spot nicht. Ich muss ein bisschen nach unten gucken. Oh! Ich treffe ihn nicht. Ey, das ist cool hier. Oh! Nein, 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 Mover! Mover, nein! Hier war irgendwo schon wieder die Rail. Es ist unglaublich, dass... Dass es so wenig Rails gerade gibt. Aber trotzdem finde ich sie immer wieder. Wo ist sie denn? Oh, da hat er schon gefressen. Ich weiß nicht, was das war. Oh! Minecraft! Schön! Deckung suchen, Deckung suchen. Und... Drauf! Oh, nein! Er nackt mich noch wahrscheinlich. Okay, da ist er down. Er hat aber schon ganz schön ausgeteilt. Lecko Mios, ey. Da bräuchte ich jetzt schon wieder fast einen Medic. Wir sind noch manövrierfähig. Hier oben ist die Rail irgendwo. Er sucht natürlich jetzt alles ab, dieser kleine Penner. Dann fahren wir halt einfach einen Weg außenrum. Oh! Oh! Wer schießt denn hier? Der weiß hier gar nicht, wen er sich anlegt. Genau deswegen. Hopp SMGs. Ach, komm schon! Habt ihr das gesehen? Er ist direkt dazwischen geflogen. Okay, es soll mir egal sein. Ich fahre jetzt einfach weiter. Wie so weit, wie ich zumindest komme. Oh, hier kommt doch noch was, oder? Komm schon! Warum treffe ich den nicht? Also für mich sieht das immer so aus, als würde ich hier total treffen. Ich kriege die noch down. Ich habe nur noch eine Kanone. Ach, komm schon! Es ist unglaublich. Was hat mich... War das jetzt der Typ hier oben? Natürlich. Er hat schon gefressen. Er hat seine ganzen Helium-Blöcke nach oben gebaut. Er hat ihn natürlich schlau gemacht. Okay, das war es auf jeden Fall für mich. Okay. Wir haben... Nein, es war auch noch ein Ranked. Jetzt bin ich wahrscheinlich noch weiter abgesunken. Nein, jetzt bin ich mittlerweile schon Platz 9. Ich glaube, ich nehme nie wieder an einem Ranked-Battle teil, wenn ich wieder so weit oder verhältnismäßig weit oben bin. Okay, ich hätte jetzt gesagt, dann könnten wir noch ein Röntgen drücken. Ich weiß gerade nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Äh, nee, da hätte ich jetzt mal gesagt, dann war es das erstmal von dieser Folge wieder, liebe Leute. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Euer Moferbechen. Ciao, ciao.